Klos, das ist deins. Hier kannst du nicht in die Toilette scheißen und hier kannst du dich Hände waschen. Und der Scheißtag ist am Donnerstag. Was ist ein Scheißtag? Der Scheißtag ist, ähm... Super. Und hier kannst du dich Hände waschen. Okay. Und der Scheißtag ist am Donnerstag. Was ist ein Scheißtag? Heute ist Mittwoch. Heute ist Dünnschiss angesagt. Du hast eine fette Kappos gemacht. Das kann ich einfach nicht, verstehst du? Es ist so schwierig für mich. Weil am Mittwoch ist Dünnschiss. Jetzt hat doch Mittwoch mit mir... Ey, yo, where's my shit? Was, was shit? Was? Was shit? Das glaube ich an mich. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ja, und erst... Irgendjemand nimmt einfach meine Karte. Und karte und gerade. Ich hab immer arbeite. Ist das ganz tough?